Grüß euch, ich bin der Host aus dem Bezirk Innsbruckland. Ich bin eigentlich Gitarrist und habe mit Tasten damit nichts am Wort. Ich habe mir aber gedacht, vielleicht kann ich das auch lernen. Und siehe da, nach vier, fünf Tagen habe ich mir den Anfängerkost durchgearbeitet gehabt. Der Mark hat das super erklärt. Da habe ich mit einem Besser auf der vorderen Seite. Und mittlerweile habe ich schon das zehnte Stich drauf. Das gefällt mir ganz gut. Ich kann es zwar nicht hundertprozentig gut, aber ich bin dabei und fleißig bemüht. Ich spiele auch ein Stich vor. 5 5 5 6 6 7